Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es war mit Sicherheit ein Mord. Aber das ist absurd. Wenn Sie fragen, wer dazu in der Lage ist, würde ich sagen, jeder von denen. Dies ist ein koordinierter Anschlag, Sir. Jeder weiß, da wird was vertuscht. Sie wollen sich sterben lassen? Objektiv gesehen ist das ein erschütternder Akt von Feindseligkeit. Wir sind doch nicht im Krieg. Das ist eine Illusion. Wir befinden uns immer im Krieg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017